Guten Abend zusammen. Seid ihr kalt? Wollt ihr rein? Wollt ihr was warmes trinken? Es ist sehr schön. Ich bin das erste Mal hier in Dienland. Okay, das wollte ich dich gerade fragen. Weißt du, ich hätte viel härter zuhauen können. Dann habe ich ihn angeguckt und sage, ich auch. Ich möchte nämlich gerne mal ein paar Pfunde loswerden und nicht nur drei Pizzen in den Ofen schieben und dann Kalorien verbrennen. Also ist es wirklich so, dass man mit Boxen abnehmen kann? Ja, selbstverständlich. Alleine schon, wenn man mit Angst dahin kommt. Mit Angst dahin kommt. Plötzlich setzt sich mein Vorgesetzter Andreas nämlich ein Lächelt. Tobi, weißt du? Also der Job, der kann echt so anstrengend sein. Aber die Kinder, die schenken einem doch so viel Liebe und Wärme. Dann nimmt man doch so weit gerne in Kauf, Tobi. Oder? Oder? Bis heute weiß niemand, wie Andreas einfach so die Brücke hinuntergefallen ist. Tobias Reinhardt. Regina, herzlichen Dank. Regina Halmich, hier heute bei uns in Dienstlaken zum ersten Mal und hoffentlich nicht zum letzten. Fania Tatai, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns riesig gefreut und natürlich auch einen riesengroßen Dank an Melvin. Ja, Melvin, unser P&S! Ja, Kinder, es geht weiter. Nächstes Jahr viermal 2017. Das Maß ist voll. Es war ein total schöner Abend mit Regina Halmich. Es hat riesen Spaß gemacht und ich hatte den Eindruck, den Zuschauern auch. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Und jetzt nochmal so schöne Weihnachtsgrüße von Roland Donner an euch. Macht's gut! Ja, wir wollen den Zigaretter haben.